Mach dich bereit So, jetzt sind wir bereit Oh, ein Teufelchen Oh mein Gott Hier gibt es ein bisschen Munition Ja, Messer ihn Sehr gut Ich habe ihn mal aufgeschlitzt Mhm Er wollte es haben, hat das bekommen Diese Wasserteufel, die hasse ich jetzt Ja Wasserteufel und Schwammmutti und dann dieser Äh, dieser komische Dieses Feuerskelett, ich weiß gar nicht wie das heißt Ja, und die ekelhaften Hunde Ah, die auch, ja Also eigentlich hasse ich ja alle Genau Ja Ist echt genial, wenn man sich viel leiser bewegt in dem Game hier Ja, hier gibt es auch wieder Munition Ja, sehr gut Oh Oh Hunde Und diese, mit Käfig Achso, die Kläffer Oh, Vorsicht vor uns Was da? Da ist einer Genau, äh Schräg rüber Ah, jetzt hat er mich Ah, jetzt hat er mich Spritze habe ich ja gar nicht Aber verbannt zurück Ich gebe dir aber, ich kann dir eine Vorsicht, da schießt wieder eine Oh Lass uns mal ein bisschen Ja Ein Stückchen So, jetzt habe ich wieder Energie Sehr gut Genug Ja, äh, das müsste erstmal reichen Zweieinhalb habe ich So, mal gucken Ob der Wo er jetzt hier rumläuft Und wieder ist er rechts rum, weil er uns ausweicht, oder? Ja Ja Aufsache, äh, du lässt dich nicht gleich wegbrezeln Hm Das wäre nicht gut Ich gucke nur mal hier die Treppe hoch, äh, die Leiter hoch Hm Ich kriege ihn jetzt schon Ja Das ist echt krass, ey, wie schnell wir auf Gegner treffen Ja Ich auch Warte mal, ich... 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 Ich versuche mal... Ja Gucken mal, ob eine Reaktion kommt, ob sich da einer bewegt Hm, ne Wirft keiner panikartig raus Ja, hier ist auch keiner Gut, ich rede dann mal runter Ah, warte Ja Untere Treppe Unter der Treppe Aufpassen Die Treppe Der hat mich... Der hat mich gerade platt gemacht Genau da unter Jo Da Da ist er Alter, der Sack, ey, der hat mich gleich... Ich hab ne... Der war aber echt scheiße zu sehen, ey Ja Ja, 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 ja Gucken wir mal, wo der ist, ne Mhm Ist eigentlich auch mies, ne Er weiß nicht, ob wir leben, wir... Obwohl, wir haben ja gesehen, wie er weggegelaufen ist Ja, genau Ja, ich hätte ihn vielleicht nicht ins Bein schießen sollen Und warten sollen, bis er besser sichtbar ist Naja, okay, das ist ja... Witz zu machen, ne Ah, ich glaube... Ne, ja, nicht Witz zu machen... Oh, da kommt was angeflogen Ne, es ist nämlich Latsche auf Blas rum Ah, okay Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich... Keine Ahnung, wo der ist Mhm Dass die schon weiter sind? Weil das... Also das Rumgeballer ist gerade von woanders Mhm, das kann sein, ja Es ist auch immer wieder so schwierig, ne Versucht mal jemand wieder zu überleben, oder lässt man's? Mal gucken Okay, danke Ich kann dir sonst ne Spritze verpassen, ne Oh, ja, das wär gut Drücken wir mal richtig mal einen rein Oh... Ich bin sogar... Ja, ich bin sogar zum Teil verbrannt, ey Das gibt's ja gar nicht Das ist auch nicht möglich, ja Echt? Na gut, dann können wir ja... Würde ich sagen, weiter erstmal Mhm Genau, ich lauf dir erstmal hinterher Ja, ich weiß auch nicht... Warte mal gucken Ich seh auch keine blauen Dinger mehr Ne, ich bin auch am Gucken, oh Ach da, okay, ja Ja, manchmal sieht man die echt so schlecht, ne Wenn da so viele vor uns sind Ja Also gerade wenn so dicke Bretter oder so sind Da muss ich mal gucken, wo der Möchler... Ah, ja Aber langsam bekommt man, ähm, einen Blick für das Spiel Also ich merke... Ich hab früher nie einen gesehen Wie oft ich jetzt schon mal einen Gegner gesehen habe Ja, und die Verbandin hier drin ist, das musst du aufpassen Das ist direkt vor uns Achso, ich wär da schon wieder reingelaufen Stimmt, ja Oh Ich geh mal hier auf das Dach und lass mich abknallen Hm, geh du mal aufs Dach Ich versuch's mal von der anderen Seite Dann können wir ihn mal ein bisschen flankieren Schießt die auf dich? Ne, ich hab auf die geschossen Also einen haben sie erledigt Und ein Mädel muss da noch sein Die ist nach rechts gelaufen Irgendwie Oben, äh, läuft auch wer lang auf dem Dach Ja, ja Ich versuch's nur zwei Oh, scheiße Oh, Mann, ey Wieder platt Das gibt's auch gar nicht Direkt ausm Haus raus Auf mich drauf, geradeaus Ja Aber egal, also es ist, äh, man Ah, hier, unten rechts, genau So, und jetzt Wenn du jetzt rechts gerade ausguckst Genau, da unten, da ist er Genau, die war das, äh, die quasi mich erledigt hat Sehr gut Sehr gut Kann man dich noch wiederberieben? Ich glaube schon, ja Dann geh ich dich mal erstmal wiederberieben, ist egal jetzt Weil die anderen beiden, die haben sich eh geheilt Ich glaube ich Ich glaube ich Oh, scheiße Und wo? Äh, ich Ich könnte das jetzt auch nicht sehen Aber das muss ja von hinten gewesen sein, oder? Ja Ja Alter, von hinten Ach da, rechts Ne, das ist ein Zombie Ne, das ist ein Zombie Äh, Woda Äh, Woda heißt ja Wasser auf Serbisch, ne? Genau Das müssen auch mehrere Leute sein, die sich gegenseitig bekämpfen Also zwei hatten sich da auch gegenseitig abgeschossen Ja Ja Das ist natürlich auch ne geile Stelle Ja, nur hier kann man nicht so vernünftig stehen Ah, schade Oh, man wackelt so rum Hm Jetzt wäre ein Ferngras gut, oder ein Fernrohr Ja, das stimmt Also sie sind auf jeden Fall noch da Ja Kann ich hier durch die Wand wieder bewegen? Ne Schade Das wäre natürlich nie Oh, gleich rausrennen Ja Ach, rausrennen hast du ja gesagt, die rein rennen Ich bin ja auch wieder eine Kartoffel So Alles klar Habe ich jetzt hier Verbandzeug Mal verbinden Au Also von hinten, Auto Ja, von rechts kam der Schuss, glaube ich sogar Und von rechts Ja, das äh Ja, jetzt bin ich wieder tot Genau Wir kamen irgendwie, äh Du hast da gestanden, er müsste dir vor dir gekommen sein Also auf Von vorne Jetzt von links, oder was? Ja, genau Ich könnte natürlich auch einfach rausrennen Jetzt bist du ja eh tot Ja Ja, wenn das Punkte bringt für dich, oder so Mach doch Das ist doch, ähm Für mich eigentlich nur fair Warte mal, ich guck mal kurz Ist denn hier im Ausgang Direkt da Ja, ich renne da jetzt raus Okay Oh Ja, wenn die jetzt auch noch gebissen hätten Oh Alter, wie viel kommen denn noch? Ganzer Zoo, ey Weil da hat die Knarre ganz gut eingeschlagen eben, ne? Das stimmt Ja, wie gesagt, mit dem Kopfschuss ist es echt Hm Ist mir auch mal angewöhnt, mal mehr auf die Rübe zu zielen Hm Das ist schon fett Hm Genau das Ja, das Gute ist echt, dass die, ähm Gerade verbannen, ne? Und 99 und Prozent 100 Prozent Jetzt wahrscheinlich erst die Trophäen dann einsammeln Ja Vielleicht kommst du vor denen echt raus Wobei, die haben schon drei Trophäen, haben sie schon Eingesammelt Echt gut, oder? Jo, und raus